Hahaha Hallo zusammen. Schön, dass ihr bei uns wieder reinschaut. Heute sind wir unterwegs auf unserem kleinen Hausberg. Der ist von unserer Haustür gar nicht weit entfernt. Das ist nicht mal ein Kilometer. Heute ist der 27. Januar. Wetter ist nicht schlecht. Der Berg heißt hier Mauracher Berg. Und hier oben eine alte Ruine, eine Kapelle. Eine Mauracher Kapelle. Hier haben auch immer wieder Ausgrabungen stattgefunden. Rund um die Kapelle oder innerhalb dem Gemäuer. So, hier jetzt erstmal ein bisschen aufwärmen. So ein bisschen warm wird. Wie gesagt, wir haben es von daheim nicht weit gehabt. Erstmal ein bisschen warm werden, bevor es weiter geht. Heute ist Montag, so ca. 13 Uhr. Also nicht sehr viel los hier oben gerade. Normalerweise ist da recht gut besucht, weil die Ortschaft direkt unten dran ist. Und da gehen viele mit den Hundengassis, viele Leute spazieren. Heute ist halt ruhiger unter der Woche am Montag. Heute ist'syndal. Ein halber Euro, diebijetzinaik. Die Tiefen haben ganz besucht. Ehh, keine kleine, kurze Treppe. Ja, wir wollten ein bisschen weitergehen. immer wieder gut, so ein bisschen üben, wie gesagt, zum Warmwerden. Jetzt gerade nochmal machen. Das hier ist unsere kleine Steilabfahrt. Jetzt etwas mehr auf der Bremse, nicht voll durchlaufen lassen. Und jetzt gerade so langsam wie möglich, quasi voll auf der Bremse. Oder auch mal mit einem Bunnyhop oben rein. Gleiche Stelle an Bord. Also Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist gut für die Jahreszeit. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Hier geht es jetzt von oben runter vom Berg auf die andere Seite Und da fahren wir unten am Bergwenzang wieder weiter Und da fahren wir unten am Bergwenzang wieder auf die andere Seite des ZDF, 2020 Und da fahren wir unten am Bergwenzang wieder auf die andere Seite des ZDF, 2020 Auch hier unten am Bergwenzang wieder auf die andere Seite des ZDF, 2020 Auch hier unten am Bergwenzang wieder auf die andere Seite des ZDF, 2020 Hier auf der Seite, also Nordseite stellenweise etwas weicher der Boden, aber ganz gut zum Fahren noch Und da sind wir dann auch hier unten am Bergwenzang wieder auf die andere Seite des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und hier fahren wir jetzt dasselbe, gerade wieder zurück. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, richtig spaßiger Abschnitt. Auch schön Gas geben zwischen dem Wetter. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und hier sind wir jetzt wieder oben, auf der Bergkuppe sozusagen. Da steigt es immer wieder mal an, fällt ein bisschen ab. Und hier wieder oben, bei der Kapelle. Dann hier wieder die kleine Stellabfahrt. Und jetzt fahre ich dann noch eine andere Route, ein kleiner Trail. Man sieht aber durch die Blätter gar nicht richtig, ich bin den auch schon länger nicht mehr gefahren. Dann gehen wir erst mal wieder orientieren. Ja. Ah ja. Wie gesagt, alles voll mit Blättern hier. So wird länger keiner mehr gefahren. Erst mal gucken, wo es wieder weiter geht. So, das war unsere kleine Hausbergrunde. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir würden uns natürlich wieder über ein Like oder ein Abo freuen. Und bis zum nächsten Mal.